Meine Vision ist die Entwicklung des perfekten Motorrads für Afrika. Mein Name ist Torben Bayer, ich bin Geschäftsführer der Bayer Motors GmbH. Wollen Sie Teil dieser Vision werden, werden Sie mein Partner. Ich freue mich auf Sie. Was ist das Besondere an diesen Motorrädern? Sie sind genau ausgelegt auf die Bedürfnisse der Menschen in Afrika. Das beginnt bei der Körpergröße. Darüber hinaus brauchen afrikanische Kunden diverse Möglichkeiten, auch Gepäck mitzunehmen. Es geht darum, ein zuverlässiges Motorrad zu entwickeln. Niemand möchte irgendwo in der Wüste, in der Städte liegen bleiben. Es geht darum, dass die Reparaturfreundlichkeit gegeben ist. Ich komme aus Schilfing-Holstein und habe 18 Jahre in Ingolstadt gelebt und bei einem Automobilhersteller gearbeitet. Ich war acht Jahre im Projektmanagement, kenne die gesamte Prozesskarte von dem ersten Gedanken zu einem Fahrzeug bis zum Start of Production. Deswegen kann ich dieses Projekt steuern und zum Erfolg führen. Meine besondere Stärke und Kompetenz ist es, unterschiedliche Experten zusammenzubringen. Ich habe Experten für die Entwicklung eines Motorrades und gleichzeitig habe ich einen Experten, Herrn Uwe Meder, für den Kontinent Afrika. Die Entwicklung des Motorrades hat bereits begonnen. Aktuell nehmen wir die Kundenanforderungen auf, erstellen daraus technische Anforderungen. Dann geht es über Detailkonstruktionen bis hin zur Erprobung. Und erst wenn das Produkt perfekt erprobt wurde, werden wir es im Markt anbieten. Ende 2024 ist das Motorrad im Markt etabliert. Ab 2025 werden wir die Kapazität sukzessiv steigern. prohibiert der Unternehmen auf, vertre summer auf, vertrem going werden. Bein призwa nicht wieder künstler.